Willkommen beim DSC Arminia, willkommen in der Schuko-Arena. Ich begrüße Sie nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zur Pressekonferenz mit Dieter Hecking und mit Uwe Koschinat. Dieter, wir kennen uns lange, sind beim Duo. Ein herzliches Willkommen an dich. Ich darf dich bitten, so kurz nach dem Spiel das Zurückliegende aus deiner Sicht zu kommentieren, bitte. Ja, erstmal muss ich sagen, ich glaube, dass wir ein gutes Zweitligaspiel gesehen haben. Ich glaube, dass beide Mannschaften eigentlich allen denen zeigen wollten, dass es besser geht, die uns bislang doch immer unter ferner Liefen gesehen haben, sowohl die Arminia als auch wir. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. Eigentlich ist genau das eingetreten, was wir in der Videositzung besprochen hatten, dass Fabi Klos häufiger Zielspieler ist oder dass wir dann noch die zweiten Bälle uns holen müssen. Die haben wir uns nicht geholt in den ersten 20 Minuten, 30 Minuten. Wir waren nicht körperlich, haben wir nicht dagegen gehalten, so wie es sein muss, wenn du hier was mitnehmen willst. Da war Arminia uns deutlich, deutlich überlegen in den klaren Eins-gegen-eins-Zweikämpfen, sodass das Pendel zur Halbzeit klar und auch absolut verdient für die Arminia stand. Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, haben ein bisschen umgestellt, haben aber dann immer mehr Spielkontrolle bekommen, haben wirklich ein richtig gutes Positionsspiel dann aufgezogen, haben es verstanden, die Arminia von unserem Tor wegzuhalten, selber sie hinten rein zu drängen. Viele Standards dann geholt, die gut verteidigt wurden zwar, aber es war immer was in der Luft. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt das 2-1 machen in der Phase, dann sind wir noch mal dran, machen dann das 2-1. Und ja, dann war es so, wie es dann ist, wenn die Emotionen dann hochkochen. Die letzte Szene, wenn sie mich fragen, ich habe mir die Szene nicht angeguckt, weil ich weiß genau, wie es ist. Er hätte auch vielleicht ihn nicht pfeifen können, dann wären wir sauer gewesen. So ist Arminia enttäuscht heute, dass der Elfmeter gepfiffen wurde. Es wurden in den letzten Tagen viele Elfmeter gepfiffen, wo ich auch die Stirn gerunzelt habe. Deshalb braucht ja keiner nachfragen, interessiert mich nicht. Wir müssen mit dem VAR leben, so wie er entscheidet und von daher ist das für mich dann auch kein Thema mehr, weil nächstes Mal sind wir die Dummen oder diejenigen, die sich darüber ärgern, dass er einschreitet und das soll es dann dazu auch gewesen sein. Danke. Dieter, vielen Dank. Uwe, wie fällt dein Fazit heute Abend aus? Ja, deutlich mehr Stolz als Enttäuschung, ganz klar. Ich habe wirklich auch beobachten können, dass wir schon mit einer sehr, sehr hohen Selbstverständlichkeit in dieses Spiel gegangen sind, was mit Sicherheit aufgrund unserer Ausgangssituation ungewöhnlich ist. Auf der anderen Seite haben die Spieler natürlich auch mitbekommen, dass jetzt wieder eine gewisse Euphorie auch im Umfeld entstanden ist und die Mannschaft bedingungslos von der ersten Sekunde unterstützt wurde. Das haben wir dazu genutzt, um unheimlich viel Schwung aufzunehmen und aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Mischung in unser Spiel zu bringen. Auf der einen Seite mit Sicherheit auch immer mit einem gezielten langen Ball auf Fabi Klos, einer unheimlich guten Positionierung dahinter. Auf der anderen Seite aber auch mit sehr, sehr guten Flügelangriffen, wo wir wirklich in den Rücken der Abwehrkette der Nürnberger gekommen sind. Natürlich ist es sehr positiv, wenn du mit so einem Doppelschlag relativ frühzeitig in Führung liegst und wir dann allerdings in der letzten Viertelstunde vor der Pause schon Probleme mit diesem sehr, sehr guten Ballbesitzspiel der Nürnberger hatten. Wir sind lange in langen Phasen hinterhergelaufen, haben nicht mehr ganz so die große Entlastung gehabt. Auf der anderen Seite keine so ganz klaren Tormöglichkeiten gegen uns irgendwo hinnehmen müssen. In der zweiten Halbzeit fand ich die Umstellung der Nürnberger und die ersten zehn Minuten nach der Pause eigentlich unsere Besten. Es liegt uns, wenn wir dann sehr, sehr linear klare Zweikampfsituationen suchen können, sie nicht irgendwo durch geschicktes Laufspiel herstellen müssen, sondern irgendwo direkten Zugriff haben. Da haben wir unheimlich viel Schwung aufgenommen, haben uns mehrheitlich in der Nürnberger Hälfte aufgehalten und ich hatte wirklich Hoffnung, dass diese Phase in der Nürnberger Hälfte dann auch zum 3-0 und zur Vorentscheidung führt. Das war leider nicht der Fall und so ein bisschen für mich aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer und dann hat mein Kollege es ja gerade richtig gesagt. Dann haben uns mit Sicherheit hinten heraus die Mittel gefehlt, um ganz, ganz klar zu entlasten, längere Ballbesitzphasen zu haben. Das kann ich der Mannschaft aber nicht so ganz verübeln, denn am Ende kennt jeder unsere Situation. Wenn du in der Führung bist, dann willst du diese Führung natürlich über die Zeit bringen und es hat sich dann auch tatsächlich so angefühlt, als ob das gelingt. Es waren mit Sicherheit sehr, sehr viele Standardsituationen zu verteidigen, aber das haben wir in Summe sehr, sehr souverän und sehr, sehr leidenschaftlich getan und leider Gottes gibt es dann den Eingriff von außen in dieser letzten Situation, in der ich davon überzeugt war, jetzt gibt es noch einen Eckball und wenn wir den überstehen, dann haben wir tatsächlich drei Punkte auf unsere Seite gezogen. Aber es kam dann eben zu diesem Elfmeterpfiff und zum Ausgleich. Das fühlt sich erst mal emotional sehr, sehr schlecht an und trotzdem habe ich der Mannschaft sehr, sehr schnell gesagt, dass wir so aus dem Verstand heraus ganz klar analysieren müssen, dass diese zwei Heimspiele, die ja schon irgendwo eine Richtung vorgeben, dass die insgesamt sehr, sehr positiv waren, dass wir sehr, sehr nah an sechs Punkten in Folge waren und das soll die Mannschaft auch tatsächlich in diese Länderspielpause transportieren. Dass der Weg richtig ist, dass die Solidarität innerhalb der Mannschaft richtig ist, dass wir die Leute wieder auf unserer Seite haben und ich finde, das sind die Grundvoraussetzungen und am Ende tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. Uwe, danke schön. Wenn Sie Fragen haben, kurzes Handzeichen. Dirk Schuster macht den Anfang für das Westfalenblatt. Ja, schön genannt. Herr Koschin, als Sie sagen, es habe sich nicht gut angefühlt in dieser Nachspielzeit mit der Elfmetersituation. Haben Sie denn Verständnis für den Pfiff oder kein Verständnis? Ich bin der Meinung, das ist so unfassbar schwer zu bewerten, weil das so gar nicht zum Fußball gehört. Es gibt so unfassbar viele Duelle im Strafraum, die völlig bedeutungslos sind und niemand, also noch nicht mal ein Nürnberger Fan, davon bin ich überzeugt, hat da tatsächlich in dieser Traube im ersten Moment etwas gesehen, was dann mit einem Elfmeter bestraft wird. Denn wenn man sich die Flugkurve des Balles anschaut, mal unabhängig davon, ob der Ball schon im Spiel war oder nicht, hätte den Nürnberger Offensivspieler nicht erreicht. Insofern sind das Situationen, die aus meiner Sicht im Fußball dritte Liga abwärts, und den durfte ich jetzt auch eine Zeit lang tatsächlich coachen, überhaupt keine Rolle spielen. Das ist noch nicht mal eine Diskussion wert. Und da halte ich den Eingriff schon für sehr, sehr hart, weil er sich immer so unfassbar willkürlich anfühlt. Was ich aber gelernt habe ist, wenn die Schiedsrichter tatsächlich einen wahnsinnig langen Zeitraum vom Monitor verbringen, dann kannst du fast immer davon ausgehen, dass es am Ende tatsächlich zu einem Elfmeter führt. Ich sehe eine, ja, Oliver Horst, Westfalen. Ja, Herr Kuschinert, Sie können vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen. Sie haben nach dem Spiel nur ganz kurz den Kontakt zum Schiedsrichter gesucht, haben, glaube ich, wirklich nur kurz abgeklatscht, auch noch kein Wort mit ihm auf den Platz gewechselt. Haben Sie es inzwischen getan? Ist da noch mal darüber debattiert worden? Doch, wir haben dann gesprochen. Und ich finde, es gebietet einfach der Anstand, dass man unter Sportsmännern, egal wie die Entscheidung für oder gegen einen ausgefallen ist, dass man sich tatsächlich auch die Hand gibt. Der hat ja keine böse Absicht gegen Arminia Bielefeld. Insofern ist das eine Entscheidung, von der ich der Meinung bin, dass sie so nicht zustande kommen sollte. Und möglicherweise sitze ich in ein paar Wochen hier und kriege eine ähnliche Situation für mich ausgewertet. Und bin dann vielleicht eher froh über eine solche Entscheidung. Es gehört dazu, dass sie einen sehr, sehr schweren Job haben. Und der DFB sollte sich einfach Gedanken machen, ob diese wirklich guten Schiedsrichter mit solchen Situationen in der Situation eigentlich einen schweren Job sowieso schon zu haben, ob sie damit nicht völlig überfordert werden. Weil damit kommen die unglaublich schlecht weg. Der Mann hat ja heute eine erstklassige Leistung als Schiedsrichter gezeigt. Und die wird dann irgendwie natürlich rauf und runter diskutiert mit so einer Situation. Das finde ich einfach schade. Haben Sie weitere Fragen? Jan Ahlers, Neue Westfälische. Hallo Herr Kuschinath. Letzte Woche haben Sie gesagt, Fabian Kloos hatte ich früher als Gegner immer nicht gerne auf dem Platz. Deswegen habe ich ihn draufgelassen. Heute haben Sie ihn relativ früh ausgewechselt. Wir haben Stand diesmal von 2 zu 1. Letzte Woche 1 zu 1 war das der einzige Grund, warum Sie gesagt haben, diesmal geht ja schon etwas früher raus. Oder gab es da noch andere Gründe dafür, dass Sie diesmal so entschieden haben? Ne, wir haben dann ja schon beobachtet, dass die Intensität den Nürnberger immer mehr zugenommen hat. Dass Dieter hinten aus einer Dreierkette mit einem unfassbar spielstarken Geist aufgebaut hat. Und die Phase nach der Pause war für Fabi sehr, sehr laufintensiv. Ich glaube, dass ich ihn schon ganz gut analysieren kann. Es ist eben ein Spieler, der viele Bälle ziehen muss, der einfach Präsenz im Strafraum benötigt. Und er hat sich aus meiner Sicht heute unfassbar abgearbeitet, wahnsinnig viele Meter gemacht, nicht nur ein Tor geschossen und eins vorbereitet, sondern war auch wirklich im ganz, ganz hohen Maße für die Mannschaft da. Und irgendwann ist dann einfach der Zeitpunkt erreicht, wo du erkennst von außen, dass die Meter, die du benötigst auf vorderster Linie, um den Gegner etwas besser abzufangen, weniger werden. Wir haben einen sehr ausgeglichenen und guten Kader und dann finde ich, ist es nur logisch, dass du tatsächlich auf diesen Positionen dann auch wechselst. Noch weitere Fragen? Keine mehr. Dann bedanke ich mich bei Dieter Hecking, bei Uwe Koschinat, Dieter Dir und dem Club alles Gute in den kommenden Wochen. Kommen Sie alle bitte heute gut und sicher nach Hause.